Piraten, Piraten, die rochen den Braten. Der König ist gekränkt, denn sein Schiff wurde versenkt. Blub, 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 blub. Piraten kommen übers Meer. Wo kommen die Piraten her? Von einer Insel weit entfernt. Da haben sie ihren Beruf gelernt. Piraten, Piraten, die rochen den Braten. Der König ist gekränkt, denn sein Schiff wurde versenkt. Blub, 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 blub. Es gibt da einen Steuermann, der das Schiff gut steuern kann. Er trägt eine Augenklappe und sein Schwert ist nicht aus Pappe. Piraten, Piraten, die rochen den Braten. Der König ist gekränkt, denn sein Schiff wurde versenkt. Blub, 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 blub. Es gibt auch einen Kapitän, ist wirklich gruselig anzusehen. Sein linkes Bein, das ist aus Holz. Die Augen blitzen voller Stolz. Piraten, Piraten, die rochen den Braten. Der König ist gekränkt, denn sein Schiff wurde versenkt. Blub, 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 blub. Es gibt auch noch Matrosen, sie tragen blaue Hosen. Sie haben immer viel zu tun und keine Zeit, um auszuruhen. Piraten, Piraten, die rochen den Braten. Der König ist gekränkt, denn sein Schiff wurde versenkt. Blub, 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 blub. Piraten haben Karten, sie können's kaum erwarten. Sie fahren an einen fernen Platz und finden einen Riesenschatz. Piraten, Piraten, die rochen den Braten. Der König ist gekränkt, denn sein Schiff wurde versenkt. Blutsch, 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 blutsch. Blutsch, blutsch.